Ja, sechge Grüßt Leute zu einem neuen Video. Ja, was ist das jetzt für eine Stimme, denkt ihr euch? Ja, ich bin nicht Maxi oder Mundduschen, sondern ich bin ein guter Freund von ihm, und zwar der Addix, so könnt ihr mich auch in den nächsten Videos dann einfach nennen. Äh, ja, warum mache ich denn in der nächsten Zeit Videos für euch? Ja, darum hat Maxi mich gebeten. Und zwar liegt es daran, dass er im Moment Internetprobleme hat. Er hat ungefähr für 10 Minuten Internet und dann ist es auch schon wieder weg. Das heißt, es macht ihm das unmöglich, irgendwelche Videos für euch zu machen. Ich soll euch auch ausrechnen, dass es ihm sehr, 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 sehr leid tut, dass er das nicht machen kann. Findet er selbst wirklich übelst zum Kotzen. Und ja, es geht auch darum, dass, ähm, also wir sind zusammen in einer Klasse, äh, 10. Klasse Gymnasium, wir schreiben im Moment viele Arbeiten, müssen viel lernen. Das kommt da noch hinzu. Und ja, und deshalb werde ich ihn in den nächsten paar Wochen, Monaten, müssen wir mal schauen, äh, werde ich ihn da ein bisschen entlasten, werde ein paar Videos von mir hochladen. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie das weitergeht in der nächsten Zeit. Auf jeden Fall hört Maxi nicht auf mit YouTube, falls ihr das jetzt irgendwie denken könntet. Also er wird weitermachen, vielleicht, ähm, kommt er zu mir und macht da ein paar Videos. Ich habe ja gutes Internet. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, das von mir kommen wird. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Ja.